So, da sind wir auch schon wieder zurück bei dem nächsten Tutorial Video. Ihr seht es gerade, wir haben gerade 103 Leben. Ich habe auch eben schon ein Video gemacht, was das beste Essen ist. Ihr seht es hier nochmal, einmal Schweinefleisch, Nixenfleisch und Himbeere. Aber worum soll es in dem Video gehen? Die Ausdauer. Achtung, jeder kennt es. Ausdauer ist irgendwie auch im Kampf und überall ein kleines Problem. Aber was sollte man definitiv beachten bei der Ausdauer? Ich renne jetzt hier extra ein bisschen rum. Wie ihr seht, Ausdauer ist jetzt gleich weg. Und zack, Ausdauer weg. Was ist jetzt das Problem? Richtig, wir sind immer wieder am Laufen. Aber die Ausdauer lädt sich nicht voll auf. Beziehungsweise, jetzt lädt es sich voll auf, aber woran liegt das? Genau, an unseren Lebenspunkten. Deshalb, versucht immer so viel Leben wie möglich zu haben. Deshalb haben wir uns halt wirklich hingesetzt und haben geguckt, was ist für den Anfang. Am besten, was die Ausdauer betrifft. Weil wir verbringen halt so viel Zeit mit Sachen einsammeln, dass wir halt wirklich sehr viel am Laufen sind. Und achtet noch auf eine Sache, verbraucht eure Ausdauer nicht bis Maximum. Weil das verringert halt eure Lebenspunkte, die ganz leicht runter gehen. Weil klar, irgendwann hat man weniger Kraft und hast du nicht gesehen. Deshalb achtet da wirklich drauf. Und immer schön, schön alles einsammeln, weil wir brauchen schön die Items. Aber was die Ausdauer betrifft, wirklich die Ausdauer nicht komplett verplempern. Und dann guckt immer, dass ihr genug zu essen dabei habt. Ihr seht, ich habe jetzt schon zum Beispiel nur noch ein Schweinefleisch. Habe nur noch vier Nixenschwänze. Da muss ich mich auch schon wieder auf die Suche machen. Gut, ich stehe jetzt ein bisschen mehr rum, weil ich die Videos am Hochladen bin, am Arbeiten bin. Aber achtet halt drauf, dass ihr die Ausdauer nicht komplett verplempert. Und dass eure Lebenspunkte immer so hoch wie möglich sind. Aber wie gesagt, für den Anfangsbereich definitiv Schweinefleisch essen oder Hürschfleisch. Aber ich denke mal, Schweinefleisch habt ihr am Anfang mehr. Und Nixenfleisch und dann halt entweder Pilze oder eben Himbeeren. Weil Himbeeren geben nochmal 10 Leben und 20 Ausdauer. Pilze geben dagegen, warte jetzt nicht, dass ich Pilzchen erzähle, 15 Leben. Also würde sogar noch mehr bringen als die Himbeere. Und auch 20 Ausdauer. Aber ich hoffe, ich konnte euch hiermit auch schon weiterhelfen. Gern ein Abo da lassen, gern ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon eventuell im nächsten Tipps und Tricks Video. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen mit meinen Tipps. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Und ich komme wieder nicht auf meinen zweiten Bildschirm. Man kennt es. Zack, jetzt aber. Also in dem Sinne, haut rein.